So Leute, willkommen zurück zu Project Zino 4. Im letzten Part sind wir einem Arzt gefolgt und haben viel herausgefunden. Und das Geheimnis des Schrankes gelöst und vor allem Typ 90 Film gefunden. Was schon ziemlich geil ist. Moment, ich setze mich gerade nur anders hin. So, und ich möchte mal gerne wissen, wie viel haben wir denn davon. Ich will jetzt ausprobieren, der Film wird ja nicht geteilt. 4 nur. Vielleicht werde ich den mal ausprobieren beim nächsten Geist. Wenn das ein starker Geist ist, aber auch nur. Ansonsten wäre es nämlich absolut useless. Useless as everyone. So fucking useless. Okay, ich habe mich bewundert, warum ich die angezeigt wurde. Holy Shire, was ist mit der passiert? Habt ihr das gesehen? Hat die die auf dem Kopf? Ja. Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame. Wow. Oh, ihr Gesicht blunert. Blunt. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh ja. There you are. Oh, der Sound ist ja ekelhaft. Falls ihr den hört. Fatal Frame, Kleiner. Fatal Frame again. Fatal Frame again. Wir können uns wehren. Und wie? Und das ohne unsere Kamera aufzubessern. Oh yeah, we are so badass. Hm, zwei Sachen. Ich möchte erst, was da unten haben. Ich möchte gerne überhaupt etwas davon haben, danke. Dann eben das Obere zuerst. Ja, hast du jetzt doch schon bemerkt, dass sie was von dir haben. Name, Misaki Aso. Alter, sieben Jahre. Zimmer 310. Kami Sarizuki. Seit der fehlgeschlagenen Übergangszeremonie ist eine Woche vergangen. Unter der bestmöglichen Abschottung gegen äußere Reize hat sich der Zustand der Kanade durch Mondlicht, das von oben herein viel stabilisiert. Allerdings ist Sakuya Zustand äußerst instabil. Wie etwas, was nur von einem dünnen Hautfetzen zusammengehalten wird. Schon geringste Faktoren könnten ihren Zustand jederzeit abrupt verändern. Ein Minimaster-Schock könnte bereits einen Nervenzusammenbruch verursachen. Es ist gut möglich, dass sie erstrahlen wird. Ich weiß nicht, was es auslösen wird. Geräusche, Gerüche, Worte, Dämonphasen. Es gibt so viele Dinge, von denen ich noch nichts weiß. Jedoch könnten die Erinnerungen an die Zeit vor der Übergangszeremonie und die Zeremonie selbst mit hoher Wahrscheinlichkeit Labilität hervorrufen. Zusätzliche Bemerkungen. Während der Beobachtung fiel auf, dass sie gelegentlich ihre Wangen wiederholt hetschelt. Dieses Verhalten ist als eine frühe Gewohnheit bekannt. Ihr Gedächtnis könnte also nicht komplett gelöscht worden sein. Ah, Hilfe! Verdammt! Jetzt habe ich einen guten Film für dich verschossen. Eine ganz große Klasse. Egal, ich nehme an, wir müssen Mia folgen. Aber warte, da lag noch was. Wenn das wirklich Mia ist. Ich kann natürlich sein, dass ich die Namen absolut total falsch zuordne. Aber schlag mich nicht, falls dem so sei. Zero-Power-Linse, Moment. Ich habe... Ich verbinde gute Dinge mit dieser Linse. War das nicht diese Mega-Overkill-Linse? Ja, hol die mal weg. Sollte die Mega-Linse sein, ja. Sag ich jetzt einfach mal. Wir können es ja ausprobieren. Am besten noch gekoppelt mit dem Typen-90-Film. Oh yeah. Dann geht es aber ordentlich ab. Dann gib zu fri... Freaking fucking heart on your fucking... Maus. Keine Ahnung, ob es Fresse gibt im Englischen. Ich glaube, shut your mouse. Passt schon ganz gut. Hier waren wir. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem Zeremonienort. Kann das sein? Mia, wo führst du uns hin? Oh Gott. Wir haben es simpel. Ich muss ja sagen, ich finde das Kapitel echt sauspannend. Von dieses hier von Misaki in besonders irgendwie. Es gefällt mir richtig gut. Ja, das ist der Raum. Jetzt war jeder der drei Charaktere schon einmal hier, glaube ich. What does it mean? Der Fahrstuhl ist offen. Okay, aber ich möchte lieber hier hin. Ist das Haibara? Mit, äh... Misaki? Okay, ich dachte, das bringt vielleicht nochmal was. Oh, fuck you. Was geht denn jetzt ab? Oh Gott. Zu viele auf einen... Reich. Hi. Fatal Frame, Kollege. Ähm, ich möchte eigentlich gerne den anderen anvisieren, der mich jetzt wahrscheinlich erstrechen wird. Zero Shot. Okay, irgendwie... Die tauchen immer zu dritt aus. Scheiben haben auch irgendwie nicht wirklich was drauf. Fatal Frame. Fatal Frame. Wow, episch. Ich wollte mal die Linse da testen. Fällt mir gerade auf. Bam. Wie viel... 8.000... Epic. Oh, hi. Wow. Ich hoffe... Ich habe noch getroffen. Oh, oh, oh. Guck dir die Punkte an, Leute. Ich kann mir hier ein Scheißband kaufen, aber mein Film geht irgendwie langsam leer. Wow. Fetter Schatten. Das Spiel ist gerade kurz eingefroren. Kann es sein? Oh, geil. Wie viele Punkte ich hier kriege. Oh, Misaki ist so Overkill. Die bringt einfach alle um und das ohne ihre Kamera zu boosten. Ich bin so stolz auf dich. Krasse Sache. Wie gesagt, die Punkte möchte ich lieber für Ruka aufsparen. Die blauen Kristalle, weil ich weiß, dass sie der Hauptcharakter ist. Das weiß ich schon. Hö, hö. Better Rottenbark the Place. Um das perfekte Gefäß zu werden, muss man in der Geburtskammer gereinigt werden. Gereinigt zu werden bedeutet, darauf zu vertrauen, dass dein Geist in den Körper zurückkehrt. In der Geburtskammer ausgebildet zu werden bedeutet, sich selbst zu vergessen, eins zu sein, Frieden zu finden. Rein zu sein bedeutet, die Form der Seele zu verstehen. Der Geist der Toten darf nie zurückkehren und muss den Körper als leere Hülle zurücklassen. Wenn die leere Seele zum lebendigen Körper zurückkehrt, muss der Körper erstrahlen. Das Mondlicht ist der Fluss der Seelen der Toten. Der Mondspiegelungsbrunnen wird mit Licht gefüllt und ist das Sammelbecken, welches die Seelen beherbergt. Die leeren Körper haben ihr selbst verloren. Sie sollen im Mondlicht des Brunnens baden. Jene, die ihr selbst verloren haben, werden nie wieder gehören. Sie sollen im Mondlicht des Brunnens baden. Die Leer Die Leer ... Das war's für mich. Hat nicht mehr gezählt. Verdammt. Gott, ich hab kaum noch Film, ey. Okay, jetzt wird's. Ich kann nicht rennen. Die Rennfunktion ist aus. Und der Geist verschwindet auch nicht da vorne. Seht ihr das? Okay, das bringt aber auch nichts, wenn ich sie knipse. Gott, Mia, was hast du vor? Sie hat etwas verloren. Etwas Wichtiges. Etwas Besonderes. Etwas, was sie nicht verlieren will. Gott, ey. Was ist hier passiert? Was wir wissen, ist ja, aber... Meint sie, sie hat Mia hier verloren? Was hat sie vergessen? Lass es uns herausfinden, Misaki. Und ihr seid mit dabei. Oh Gott, was ist das? Lunar Underworld. Cave of Resonance. Die Puppe. Die Puppe. Die Puppe. Die Puppe. Die Puppe. Die Puppe. Sakuya, von wegen, die greift Misaki nicht an. Okay, hey, ich werde mal zu dem Megafilm wechseln. Da habe ich gerade so spontan entschieden. Wow! Wenn das mal nicht in den Sand gesetzt war. Äh... Okay, sie kann uns nicht instant killen. Der Bildschirm ist aber gerade auch nicht schwarz-weiß, wie ihr seht. Okay. Oh, fuck you. Ich würde gerne da in die Mitte. Oh, sie greift viel zu schnell an. Aber ich glaube, ich kann ihren Fatal Frame Moment rausfinden. Also, ihr Fatal Frame Moment ist, meine ich, nicht so schwer zu kriegen. Ich Idiot, ey. Jetzt aber. Okay. Oh! Fuck this! Sakuya. Sie ist da... Eigentlich ist das echt nicht so schwer rauszufiltern, gerade, ganz ehrlich. Ich bin nur ein bisschen dumm. Und schön, dass ich den ganzen wertvollen Film verballer. Und die Medizin am besten gleich noch mit. Ach ja, ist das herrlich. Ist das herrlich, nicht wahr? Oh, sie greift mich schon an, bevor ich sie überhaupt anvisieren kann. Das ist ein bisschen... Mindfuck. Ja, genau das nämlich. Shit. So wird das nichts. So wird das nichts. Boah, wie sie mich einfach fertig macht. Sie ist zu schnell für mich. Fuck you. Oh, ich werde so sterben, Leute. Lebt wohl. Wir werden gleich Game Over gehen. Stellt euch schon mal drauf ein. Fuck. Das ist echt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aha. Okay, einfach rennen, 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 rennen. Damit sie uns nicht erwischt, wollte ich gerade sagen. Aber sie haben uns trotzdem. Oh, scheiße. Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame mit gutem Film. Oh Gott. Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame. Du bist? Sakuya. Sakuya? Ja, ich bin. Heute ist Misaki. Ich werde es Mia. Diese Frau ist du. Mach es dir. Wenn es das ist, dann kann ich nicht mehr wie ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bzw. nicht das gleiche Schicksal wie Madoka.